Äh, ja, ich bin traurig, mein Eisteste. Was zu tun? Rebellen und Fetische holen. Ja, Ruhestein von Sturm wird hier geflogen. Nicht sehr kompliziert. Solltet ihr auch hinkriegen. Nein, ich scherze. Ein unbewandtes Pferd, wollte ich gerade sagen. Aber, nö, schlüpfe ich ganz. Von der Mops ging es schon level ab. Hier könnte ich Kirschlandskillen. Juhu! Das mache ich auch. Bis 200, dann reicht es auch erstmal. Ach. In den Ferien, die ich hatte. Aber... Das ist auch schon... Eine Woche oder was? Ja. Egal, immerhin sind die Gelb und geben gute P. Und... Und... Ich schaffe die jetzt immer. Das ist doch toll. Oder nicht? Wie kann ein... Hexendoktor ein... Totem stellen? Unlogisch! HD11! Oh, wo ist der Trank? Das ist gut. Ich greif mich nicht an, du grüner! Aha, ich habe mir neue Gifte gekauft. Kann ich gleich mal benutzen. Das sind die gleichen Gifte, aber es ist ein neuer Rang. So. Ist das richtig. Tschüss, Monsieur. Yo! Oh, ne Seite. Neues Gift. Hier. What? Achso, das ist das alte. Deshalb... Ah, jetzt leuchtet mir einiges ein. Das kann ich nicht benutzen. Heiliger Kabeljau. Ach, du dicke Garnele. Ey, wer ist da draußen am Pfeifen? Ich habe nicht genug Energie. Mach mal eben ein Fenster zu. Es geht mir ordentlich auf den Sack. Okay. HuH! 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 Der verrückt am Gift. Können wir den nächsten töten. Pam! Was denn bitte für'n Crit? Haha, macht Wirbelwind. Und das bringt ihm gar nichts. Scheiße, ich hab'n Giftweiler. Tötten wir den, der seilt uns ein bisschen. Und ich hab' noch'n großen Mana-Trank. Leben-Trank? Soll' ich mit Mana-Trank? Nein, ich doch. Ich frag' mich nur grad, wo diese anderen Penner sind. Vier Stück brauch' ich auch von den Stab-Chef. Die sollten da irgendwo bei ihnen rumlaufen, bei Kurenz. Wer nennt sich freiwillig Kurenz? Später heißt noch jemand hier so, und den hab' ich dann voll beleidigt. Nein, war nur Spaß. Jojo, reiß mich ruhig an. Ich hab'n Trank. Essen könntet ihr auch mal droppen. Wäre ganz cool. Oh, kramt. Da. Letztes hat... Äh, nee. Gestern hat mich wieder jemand angeschrieben. Äh, wieso benutzt du keinen... äh, äh... Back-Add-On. Aus dem Grund... Wenn ich dann ne neue Tasche hab', verschiebt sich alles und so. Finde ich's einfach besser. Vor allem ist meine Bank dann auch so ein bisschen... Viel zu groß. Und mir gefällt's einfach nicht. Ich find's nicht so schön. Und so viele Add-Ons muss man WoW auch nicht voll greistern. Find ich auch nicht schön. WoW war mal... Ohne Add-Ons gedacht und... Fertig. Oh. Jetzt hab' ich zu viel geredet. Einen hab' ich noch mitgerissen. Ach, das sind diese Stab-Chefs. Chefs. Oh. Muss ich Milch trinken. 20% der Deutschen sind äh... Milch-Tolerant. Das heißt, sie vertragen keine Milch. Milch soll auch schlecht fürs Herz sein und etliche solche Sachen. Hab' ich bei NTV gesehen. Warum ich euch das erzähle? Keine Ahnung. Ich bin tot. Ich muss ein bisschen davor ablenken. Wieso sollte auch ein... ...ein Baby-Nahrungsmittel für... ...ein fremdes Säugetier... ...für einen erwachsenen Menschen gut sein? Man weiß es nicht. Oh. Scheiß Katzenbuckel. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir 20 schon schiefe Rücken hab'. Durchgehend am PC, wie gesagt. Ach, diese kurze Chefs finden wir auch später noch. Können wir ruhig ein bisschen rushen. Lalalalalalalala. Lalalalalala. Da hinten ist der Chef. Ja, dann machen wir die im Tod. Ich muss näher rein. Ich hab' nicht genug Energie. Ich hab' nicht genug Energie. Ich hab' nicht genug Energie. Scheiße. Oh, verfickte Scheiße, Mann. Neeee. Gib mir mal ein A-Moll, bitte. Lalalalalalalala. Lalalalalala. Buddy, oh gut. Wer ihn kennt, ist cool. Wer nicht, ist auch cool. Ach ja, mich hat auch einer gefragt, wieso ich in keiner Gilde bin. Hier. So nochmal, Gilden los. Ich hab echt eine Menge schlechte Erfahrungen mit Gilden. Dann hab ich sie später immer selber gelieft. Ja, ich bin so ein richtiger Anti-Gilden-Fan. Außer jetzt irgendwelche Fangilden oder so. Ich bin ja auch eine LTF-Gilde mit meinem DHP. Oder DAP. Okay, wenn das so ein Rollenspiel ist, dann würde man ihn auch DAP nennen, glaube ich. Ich hab schon überlegt, ob ich meine Worgen so nennen soll. Hm. Dann wüsste man wenigstens, dass ich das bin. Okay, jeder weiß hier, dass ich auf CISO heiße. Wow, den können wir gleich mal einladen. Scheiße. Ups. Das war nicht mit Absicht. Diese scheiß Magier nerven die so ein bisschen. Oh, ich hätte einen drin machen können. Vorher merke ich gerade. Klassik im A. Zieh durch. Hab ich einen Trank? Hab ich einen Trank? Nein, nein, nein. Nein, das hätte ich besser machen können. Oh my godness. Oh my gosh. Haha, ich hab's tatsächlich geschafft. Wieso bin ich jetzt kein Erste-Hilfe-Futzi? Müssen wir jetzt ne Minute warten, bis meine Leben wieder full sind? Oder die Leute hier liegen? Obwohl, das ist ein bisschen riskant. Hm. Na ja, ich weiß ja nie. Leben wären schon nicht schlecht. Ach, ich warte einfach so lange, bis die voll sind. Wisst ihr euch? So. Genug geweckt. Oh, ne Seite. Ey, ich glaub, die haben aber schon. Ah ja. Oh, das ist gut. Oh. 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 Ich brauch nur seinen Kopf, dann kann ich ja ruhig wieder sterben. Machen wir erstmal ganz geschickt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ganz schlau jetzt. Pass auf, hier den. Und hier den. Und den hauen wir jetzt da durch. Und dann entwaffnen wir den nochmal. Und jetzt hauen wir die so heftig kaputt. O-M-E-W-T-F-Laurer-5-U-6-D-A-D-N. Pff. Du hast 5 Stacks, man. Was glaubst du, wie lange du noch leben wirst? Gar nicht mehr. Ja, tschüss. Ich habe da auch keine Chance. Nimm es einfach so hin. Energie. Ich glaube mal eine Allianz zu dienen. Voll deppen. Ach, mit Cataclysmum wird's euch das eh leid tun. Wird's euch. Ha, ich würf's euch. Ein bisschen Paprika, ein bisschen Pfeffer. Leckerer Mensch. Gebratene Haut, schön. Oh, ist doch was. Scheiße. Verschwinden hat keinen Pooldown. Das ist gut. Wieso kann der Flammschock? Menschen können nicht Schamane sein. Das ist unlogisch. Und die wollte nicht in meine Gruppe. Danke, du blöde Kuh. Nein, ich bleide hier keinen. Ja, okay, habe ich eigentlich nicht gehört, aber das meine ich. Huch da hin. Gut. Ein Soldat fehlt mir noch. Die sind hier. Das war einer. Ich bin auch nicht reichbar. Oh. Suche weiter, breit. Den, den, den. Den, den, den. Hm, hm, hm. Diese Milchkeit ist noch nicht verliebt. Wer mir beantworten kann, was das für ein Lied war, kriegt ein Achievement von mir. Auf seinen Kanal. Schnell, dann kriege ich eventuell noch ein Level ab und... Nee, reicht nicht. Kacke! Manu, da muss ich ja noch ein Part aufnehmen, oder wat? Scheiße! Nee, ich muss näher ran. Nee, 41. Du bist ja richtig cool. Ich fall gleich in Ohmacht. So cool bist du. Und dann haben wir jetzt deren Spezies ausgerottet. Die können sich jetzt auch nicht mehr weiter verbreiten. Der Anführer von denen ist tot. Den sieht man auch nicht mehr. Vielleicht der Kataklysm. Wer weiß. Keine Ahnung. Aber da hat man ja eigentlich auch schon längst getötet. Und den gibt's nochmal. Also könnte das schon irgendwie sein. Okay, eine Chance hab ich noch. Dann mach ich hier einen Cut. Wir sehen uns bei Nessingberry wieder. Also dann. Bis die Tage. Danke. Vielen Dank.